Zu Dauds Hauptquartier. Und damit herzlich willkommen zu Alter Sack zockt! Ah, Dishonored! Oder besser gesagt, fällt aufs Popöchen bei Dishonored. Jetzt kommt ihr da nicht mehr hoch. Hehehehe. Von wegen. Zack. Puh, also wir haben unsere Ausrüstung. Wir sind auf dem Weg. Aber jetzt können wir das schon nicht mehr aufnehmen. Das ist ja natürlich... Attentäter ließen die Fallen zuschnappen, als wir die Brücken überqueren wollten. An diesem Nadelöhr könnten sie einen nach dem anderen erledigen. Wir dachten, wir könnten sie nach innen locken, wo unsere zahlenmäßige Überlegenheit sich mehr auswirken würde. Aber das half nicht. Jetzt bin ich als einziger noch am Leben und spüre, wie meine Kräfte von Minute zu Minute schwächer werden. Bitte, falls eine zweite Gruppe versuchen sollte, hier durchzukommen, passen sie auf. Die Brücke auf. Passen sie auf die Brücke auf. Achten sie auf die Dächer der Häuser. Schon eine kleine Zahl von ihnen kann Verheerendes anrichten. Ja, das ist wohl so. Wenn die sich alle durch die Gegend beamen können, so wie ich, und ihr könnt das nicht, dann ist das zu eurem Nachteil. Ganz ehrlich. Zack, zehn Münzen. Und da springt er nochmal auf, um sein letztes Hart und Gut noch mit denen den Tod zu retten. Aber das letzte Hemd hat keine Taschen. Ja, nee, jetzt gehen wir da wieder hin. Jetzt komm, jetzt, ja. I'll be back. Achso. Ja, nee, ist klar. Sind auch Hauptkarte hier. Ratten. Herzilein. Sag mal was. Herzilein sagt, da ist noch ein Knochen-Artefakt. Ja, das brauchen wir jetzt. Brauchen tun wir es nicht, aber wir nehmen es mit. Oh, oh. Kohle, Kohle, Kohle. Das hat sich gerade noch so einem Bimi-Bien angehört. Nehmen wir es doch erst mal so. Dann so. Schauen wir uns nochmal ein bisschen rum. Aha. Sag ich doch, da ist so einer. Ich fände es schlimm. Ich kann das ja auch. Dennoch. Möchte ich hier keine unnötigen Risiken eingehen. Das war aber jetzt mehr als sehr komisch, oder? War das jetzt mehr als sehr komisch? Ich würde sagen, das war jetzt mehr als sehr komisch. Gut. Das war komisch, oder? Oder war das mehr als sehr komisch? Wo ist es denn? Wo macht das denn so einen Krach? Juhu. Ja, lass uns mal schauen. Spirituelle Quelle. Du regenerierst etwas schneller Mana. Das ist gut. Oh, können wir nicht mehr einlegen. Willkommener Gast. Weiße Ratte. Länger beherrschen. Starke Arme schneller tragen. Flinker Kämpfer. Gezogene Waffen verlangsamen sich nicht. Robust 1 ist. Etwas mehr Gesundheit. Seuchen und Weine bewirken. Weniger Schaden. Was? Blut. Ochsenherz. Das ist maximale Mana. Dann flinker Kämpfer. Willkommener Gast. Dann zack. Zack. So. War das schon mal. Zwei haben wir. Brauchen wir nichts mehr. Wunderbar. Lass mal schauen. Was da ist. Na gut. Weiner ist kleinere Probleme. Wir müssen wohl hier zu Dauds Hauptquartier. Oh, da habe ich ja jetzt echt schon Muffenrauben da. Ist so ein bisschen mein Magen so. Ah, der sagt, äh, äh, muss das sein? Ja, es muss sein. Ich weiß zwar nicht warum. Aber es muss sein. Gibt es hier noch was? Herzilein, sag was. Ja, Herzilein gibt uns auch keinen Vorschlag mehr. Was ist das? Ah, jajajaja. Hauptquartier, Hauptquartier. Irgendwie will ich von oben da dran, aber das ist nicht so einfach möglich, wie ich mir das vorstelle. Also werden wir doch wohl einen Umweg über die Straße nehmen müssen. Pfff, ah, gefällt mir nicht. Ist aber so. Ach nee, da werde ich hier. Ey. Wir werden mal ganz schön in Deckung gehen. Oh, die machen sogar die Bretter kaputt. Das ist ja, das ist jetzt, äh, ich sag mal suboptimal. Trotzdem würde ich gerne darüber kommen. Das werden wir wohl auch hinbekommen, oder? Das war jetzt mehr als suboptimal. Wer, wo, was? Mist. Weg hier. Ja, in eine Sackgasse ist natürlich ganz toll, dass du dich in eine Sackgasse verziehst. Ach, die werden auch angegriffen. Ich bin also nicht der Einzige. Das hat doch wieder keinen Sinn. Ah, nein. Gut. Ihr habt es jetzt nicht anders gewollt. Dann sammle ich euch auch direkt als Goodie rein. Wenn ihr das so haben wollt. Aha. Ah, naja gut. Dann kann ich hier wenigstens demnächst wieder, ähm, meine Medi-Kids, mein Sokoloff-Gesundheits-Elixier aufnehmen. Wollen mich nicht mehr darüber beschweren, dass ich das nicht aufnehmen kann, weil ich zu viel davon habe. Ah, ah, ah. Da ist einer von, da ist ein Sokoloff-Gemälde. Einer von den bösen Buben. Also von den richtig bösen Buben. Die anderen sind ja nur arme Gestalten. Hinten muss ich da hinten hin? Ah. Ja, oh. Naja. Um den ist es jetzt, sagen wir mal, nicht schade. Gut, mal eben Rundumblick gemacht. Nichts entdeckt. Da unten ist einer. Da oben, oh, da steht einer auf dem Dächsel rum. Was war hier unten? War ich hier unten schon drin? Ah, immer diese Fragen über Fragen. Anscheinend noch nicht. Ja gut, also diesen Schlüssel würde man sowieso bekommen, von dem wir eben gesprochen haben. Müsste ich mir holen. Gag. Gag. Gut. Mal was mal anders. Das ist aber auch, jetzt wird es langsam knödelig hier. Ich glaube, auf solche Dinger kann ich gar nicht. Also ich meine, auf solche unheimlich schrägen Dächer. So. Mag ich doch. Und ich habe nicht gespeichert. Mal gucken, wo das letzte Savegame war. Ja, jetzt bin ich wach. Jetzt bin ich wach. Jetzt geht es rund. Sprach der Papagei und sprang dem Inselator. Ach, das geht ja noch. Ach, das geht ja noch. Ah. Das ist ja keine Bestrafung jetzt. Das ist mehr so. Du bist ein bisschen dumm gewesen. Ja, auch ist ja nicht so schlimm. Du bist ja eh immer doof. Das sind wir ja schon von dir gewohnt. Wir sind ja Ärger mit dir schon gewohnt. Ich komme da nicht hin. Ah, das ist doch. Das ist doch Umfug. Leute. Hui. Aha. Ach, das ist fies. Ungefähr hier komme ich raus. Ja, ja, da unten. Mist. Mist, Mist, Digga. Was denn, wenn ich hier unten da... So, jetzt sagen wir mal hier. Aua mach. Ach, nun dann. Komm ich auch nur bis da vorne hin. Müsste ich also wirklich da hin oder dorthin? Oder auf die Lampe? Die Lampe ist immer gut. Mit der Lampe rechnen die nie. Da oben hat man natürlich gar nichts gesehen. Gut so. Jetzt wird aber mal schnell gespeichelt. Denn ich möchte hier so einen Überblick behalten. Was war das? Hilfe. Achso, ich hab... Ah, ha, 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 ha. Obwohl, das war ja auch nicht schlecht, ne? Der Hals da ist. Ah, da komme ich gar nicht hin. Goraes. Goraes. Ha, 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 ha. Aber da komme ich nicht als R rein. Ich lach mich tot. Das war funny. Aha. Warum habe ich hier keine Energy? Warum habe ich hier nichts? Ah, zu... Ach, man braucht auch bestimmte Mengen. Mengen an Mana, damit man diverse Aktionen überhaupt durchführen kann. Ja gut, das ist ja, also, ne? Völlig in Ordnung. Wäre ja auch ein bisschen doof, wenn man da wirklich alles immer machen könnte und so. Das wäre ja... Da oben ist einer. Ach, meine Güte. Zwei. Zwei. Ich denke, da lang, da lang, dort hinten rum, dann da hoch. Oh, da ist ja noch einer. Ach. Alles nicht so schön. Alles einfach nicht so schön. Aber so ist das. Ey, und ich gucke ihm auch noch in die Augen. Der sieht mich. Kacke. Warum sieht der mich? Auf der anderen Seite, wenn der natürlich jetzt hier ankommt. Cool. Aber so platt. Machen wir da den Nieder. Die haben sich beruhigt. Naja. Mehr oder weniger. Eher weniger. Macht aber nichts. Nichts. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. das hat im körper und dem ohr weh getan ich war noch nie gut als sniper aber jetzt muss es wohl sein so da oben ist auch noch einer und er verträgt aber eine menge durchatmen einfach mal schnell speicheln das ging jetzt alles auf mein karma das ist jetzt alles kacke richtig kacke aber auch egal warum soll ich hier noch rücksicht nehmen nimmt hier kein anderer mehr rücksicht ja mich alle verraten aber cool warum kann ich das nicht oder ist das nur eine andere art der beherrschung ja weil ich immer unbeherrscht bin kann ich das nicht wo ich bin wirklich ein wenig am schwitzen herbe gut dann trinken uns jetzt erst mal so ein gesundheits elixir ich habe jetzt gerade noch ein häuschen also wohnung zu vermieten was gibt es da drüben aha hier in trich und hier in trich und mal eben schauen da unten liegt noch was ich denke mal da kommen wir ganz cool in da lang dann hier rein ach ich verbrauche immer ein mana das ist so dumm von mir aber so ist das nun mal man kann nicht alles haben das ordnet ist ja nicht pony island gut müssen wo 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 da da müssen wir hin muss ich jetzt hier zurück oder darf ich woanders lang ach so ja schön gut batman sprung juhu ah ja ich möchte hier oben lang und herzlich ein sag mal was ach da schau her da schau her an der wäre ich jetzt vorbeigelaufen aber das scheint mir als ob die hier in diesem hauptquartier gebäude wäre ach guck mal da hinten da schau her ein vc so ganz alleine wieder typisch herrchen kümmert sich um nichts so rauf hier zack aua jetzt bin ich voll da drunter gesprungen zack der hat sich gerade gestreckt da ist die frage ob sich das so ein silbertablett oder so ob sich das lohnt jetzt nur für die kohle da das baut sie umzubringen muss ja nicht sein ne es wundert mich dass das also für ein hauptquartier muss ich ganz ehrlich sagen machen ist mir recht einfach ja gut dass wir jetzt drinnen rumstehen war zu erwarten aber ich hätte noch ein bisschen mehr mit noch mehr gegenwehr gerechnet den ist zum glück natürlich nicht so weil ich krieg ja immer nur auf der platze von daher gut dann würde ich mal sagen schnell speicheln einmal tiefluft holen und überblick verschaffen ich muss zum tor nicht zum fluss und da besitzt die schlüsse zum tunnel und will nicht gespürt werden deswegen der leibwächter der bei der kaiserlinge macht er macht ihn unruhig ja heute abend stehen wir uns große veränderungen bevor ja viel erfolg bei deinem auftrag sobald wir die freigabe haben und Ha, 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 unfair. Das war Knappi. 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 Das Herzilein hat gerade gesagt, hier ist was. Dann rede mal mit uns Herzilein. Vor gar nicht langer Zeit war dein Wall eine stolze Stadt. 16 Meter. Aber das dürfte außerhalb dieses Gebäudes sein. Was ist los Bruder? Bruder Tak. Geht dir deine Wache auf den Sack, Bruder Tak? Ja, ja. Kenn aber dich. Du kannst keine Munition mehr tragen. Und auch ansonsten bist du völlig ausgelastet. Geht lieber die Fugel. Schau mal lieber, dass du hier weiterkommst. 24 Meter und wo ist das 56 Meter? Das muss ja richtig tief irgendwo sein. Unfair. Wow. Bruder, speichern wir mal. Ich dachte immer, dass sie, dass die Stärksten von ihnen mich töten könnten. Aber kein Fremder. Jemand, der nicht wie wir trainiert wurde. Aber vielleicht wird er das. Bleiben sie wachsam. Und töten sie ihn, wenn sie können. Vielleicht überraschen sie uns beide. Da ist Daud. Dauds Schlüffel. Zwei recht langweilige Waffen. Auch wiedersehen, Lord Regent. Kaiserlicher Spion. Hiram Burroughs. Sie kleiner, sorgenvoller Mann. Sie werden nie erfahren, wie oft ich daran dachte, wieder in ihre Nähe zu kommen. Um meine Klinge in ihrem Auge zu versenken. Aber jemand anders war schneller. Anscheinend eine sehr gefährliche Person. Auf nimmer Wiedersehen, Sir. So viele Pläne. So viele Aufträge. Wie viele habe ich für sie umgebracht? Niemanden wie letztes Mal. Niemanden wie sie. Ich gebe all das Geld zurück, wenn ich könnte. Niemand sollte eine Kaiserin töten. Lasst uns. Das muss ich alleine machen. Ich hatte gehofft, ich würde ihn vielleicht mal ebenso... Daud ist Daud. Daud ist Daud. Daud ist Daud. Boah. Boah, boah, boah. Ich habe ihn erledigt. Und das ging doch jetzt... Ja, relativ fix. Das ging jetzt etwas irgendwie... Ah, fast zu schnell. Nein, ich werde das jetzt nicht nochmal wiederholen. Wir nehmen uns jetzt noch Dauds Schlüssel. Dann müssten wir hier rein theoretisch noch alles durchsuchen. Aber das Einzige, was mich wirklich im Moment interessiert ist, was ist hier drin? Das war eine... Juwelenkästchen, 100 Münzen. Juhu. Wow. Puh, das war aber jetzt sehr komisch. Also ich hätte gedacht, irgendwie... Dass wir da jetzt noch so... Ja, ein bisschen mehr Endboss-Kampf haben. Weil das war ja jetzt, glaube ich, der Anführer von diesen... Äh, schlechtern. Naja. Gut. Äh, den haben wir. Jetzt geht es weiter. Ich würde sagen, ich reise zurück und bis auf Emily und Samuel mache ich alle platt. Also, wenn mir das vergönnt ist. Hehehe. An dieser Stelle bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wie immer, gehabt euch wohl. Euer John Defoe.